Ja, heute gibt es mal wieder einen Tag, denn die liebe Sarah vom Kanal Alice im Bücherland, die hatte mich im Mai, glaube ich, zu diesem Tag hier getaggt und ja, ich habe ein bisschen länger gebraucht, aber lieber spät als nie. Dieser Tag heißt Bookish Academy Award, also quasi vergeben wir die Oscars der Bücher für verschiedene Kategorien und eigentlich finde ich solche Tags immer ein bisschen schwierig, weil ich nicht so der Freund bin von das Beste hiervon, das Beste davon, weil ganz oft habe ich halt nicht eine Nummer eins, sondern ich mag ganz, ganz viele Sachen. Aber ich habe mich einfach daran versucht und wenn euch das jetzt interessiert, dann bleibt einfach dran. Ich meine, ihr seht, bei der ersten Frage geht es schon los. Bester Schauspieler, also bester männlicher Protagonist. Klingt immer so einfach, aber wir sind direkt so ein Paar durch den Kopf gegangen und mich halt dafür einzuentscheiden, finde ich immer schwierig. Habe ich jetzt trotzdem einfach mal gemacht und zwar ist mein liebster männlicher Protagonist Kate aus Faking It von Cora Carmack. Ich wollte auch noch Nikolai nehmen, aber dann dachte ich mir nachher Spoiler, ich will ja zu viel, wenn ich zu viel über den rede. Aber bei wem die Alarmglocken angehen bei Nikolai, die wissen, wen ich meine. Aber ich fand halt einfach, dass Kate so der Einzige war, wo ich dachte, ah ja, da kriege ich Book-Boyfriend-Gefühle. Das hatte ich nämlich sonst auch vorher noch nie. In dem Buch geht es ja um Max, die so, ja, eher so ein bisschen rebellisch ist und tätowiert und gefärbte Haare und ihre Eltern halt denken, sie ist total, ja, sie wünschen sich was anderes für sie. Und sie hat auch so einen Freund, der ein bisschen nicht unbedingt der Vorzeigeschwiegersohn ist und dann trifft sie auf Kate, der ja Schauspieler ist und dann kamen die halt auf dieses Arrangement, dass Kate ihren Freund spielt für die Eltern. Und natürlich entwickelt sich da wieder viel mehr, aber ganz ehrlich, ich fand Kate so toll und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich den einfach mal als bester männlicher Protagonist. Das Gleiche gibt es auch noch mal in der weiblichen Ausführung, nämlich beste Schauspielerin, also beste weibliche Protagonistin. Und ihr wisst, sobald die weiblichen Protagonisten da sind, hole ich auch immer Black Blade raus, denn Lila Merriweather ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Sie ist eine Diebin und das hier ist ja so ein Urban Fantasy Roman, wo es so Mafia-Clans gibt und Lila, ja, ist so ein bisschen Robin Hood-mäßig, sie klaut halt und behält es aber im Endeffekt dann doch für sich, also eher so ein Robin Hood für sich selber. Und eines Tages gelangt sie in so eine Situation, wo sie einen Typen gerettet hat und dieser Typ ist sehr wichtig, denn er ist der Sohn von einem sehr, sehr wichtigen Mafia-Haus und die Mutter hat einfach mal gesagt, du wirst jetzt Personenschützer von meinem Sohn. Ich fand, das war sehr, sehr spannend, das ist ja eine Trilogie, die ich richtig, richtig cool finde, weil Lila einfach so ein richtiger Kick-Ass-Charakter ist, sie lässt sich nicht sagen und ich finde es toll. Das Buch hätte ich auch noch an einer anderen Stelle hier in den Tag nehmen können, aber ich habe es jetzt einfach mal für hier genommen. Der dritte Teil ist beste Kameraführung, also bester Plottwist beziehungsweise beste unerwartete Wendung. Finde ich schwierig, weil ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr an so viele Sachen. Wahrscheinlich, wenn mir einer sagt, ja, aber der Plottwist, der war doch richtig heftig, dann denke ich so, ach ja, genau, upsie. Oder viele Sachen waren von vornherein schon so vorhersehbar, dass es nicht wirklich unerwartet war. Aber ganz frisch gelesen habe ich ja für immer Blue von Amy Herman und da gab es schon das eine oder andere, was ich nicht unbedingt habe vorhergesehen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, dass hier so ein paar kleine Wendungen sind, ja, kein riesen Plottwist, würde ich jetzt sagen, aber Wendungen, die unerwartet sind. Ja, hier habe ich ja auch am Mittwoch erst mal eine Buchbesprechung zu hoch geladen, also wenn ihr genauer wissen wollt, was hier so in dem Buch passiert, dann schaut auf jeden Fall mal bei dem i vorbei, denn da verlinke ich euch das Ganze. Ja, viertens, bestes Kostüm-Design, also bestes Buch-Cover ist für mich sowieso immer das Schwierigste, da ich so viele Bücher schön finde. Ich habe mich jetzt mal eingeschränkt auf Bücher, die ich schon gelesen habe, denn mein Sub hat auch so, 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 so schöne Cover. Aber auch hier zeige ich relativ häufig Ewig Dein von Janet Clarke, weil ich einfach dieses schöne Zurückhaltende hier hinten finde, so Natur pur und dann eben Death, Ewig Dein in, ja, Glitzer, Glimmer, yay. Manchmal kann es so einfach sein, ne? Aber wie gesagt, es gibt so viele schöne Bücher und ich habe euch auch schon mal in anderen Texten ein paar gezeigt, deswegen fällt mir das auch immer sehr, 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 sehr schwer. Ja, der fünfte Punkt sind zwei Sachen, nämlich bester Nebendarsteller, beste Nebendarstellerin, also bester männliche und bester weiblicher Nebencharakter. Und das finde ich auch richtig schwierig. Ich muss einfach gestehen, dass ich mich mit etwas Glück noch an die Hautperson erinnern kann, aber Nebencharaktere, beziehungsweise Nebencharaktere, die ich auch noch mochte, beziehungsweise die gut waren, ich meine, ich muss sie ja nicht sympathisch gefunden haben, es hätte ja auch voll der blöde Gegenpart hätte sein können oder so, aber, ja, fangen wir mal mit den Männern an. Ich habe mich jetzt einfach mal für Zurück nach Holly Hill entschieden von Alexandra Pilz, denn das ist eine Zeitreisegeschichte und Emily, die, ja, reist in ein Dorf in England, wo ihre Mutter wohl aufgewachsen ist, aber ihre Mutter ist mittlerweile tot und deswegen möchten sie dieses Dörfchen mal sehen, um zu gucken, wie ihre Mutter aufgewachsen ist und das Ganze hat auch noch eine Menge mit Zeitreisen zu tun und da gibt es, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, ob, war es Joe? Ich hoffe es, aber da gibt es halt eine Person, die sehr, sehr gut in Kostüme und so weiter ausgebildet ist, die da sehr interessiert ist und Joe mochte ich halt, den fand ich lustig und der ist mir so noch ein bisschen in Erinnerung geblieben. Beim weiblichen Nebencharakter ist das gar nicht so schwer, das habe ich euch auch schon tausendmal in die Kamera gehalten, nämlich das Zeugen-Kuss-Programm von Eva Völler. Ja, ich liebe Oma Gerti, wir haben hier, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt, auf jeden Fall Emily, oh, noch eine Emily, toll. Wir haben Emily, yay. Und ja, ihrer Familie passiert halt etwas Böses und deswegen kommt die ganze Familie in ein Zeugenschutz-Programm und die werden von Pascal beobachtet und bewacht, der sehr, sehr jung ist und Emily und Pascal, ja, da knistert es auch ein bisschen und es gibt halt eben in dieser Familie auch noch Oma Gerti und Oma Gerti ist so toll, weil sie ist Schriftstellerin, sie redet immer in ihr Diktiergerät, immer wenn sie eine Idee hat und manchmal ist das auch hinten beim Taxifahren, sitzt sie einfach da und labert los und sie schreibt sehr sinnliche, sehr erotische Romane, weswegen das immer wieder lustig ist mit ihr und auch sonst ist Oma Gerti eine sehr coole Socke, deswegen weiblicher Nebencharakter, gewinnt immer Oma Gerti. So, sechstens, bestes originales Drehbuch, also, beste und kreativste Welt, die von einem Autor kreiert wurde. Ja, auch nicht so easy, ich war echt schon in vielen verschiedenen Welten, allerdings ähneln sich auch viele, da ist nicht wirklich viel eigen oder die sind schon eigen für sich, aber die mochte ich nicht so gerne, fiel mir auch ein bisschen schwer, aber ich habe mich jetzt einfach mal für Silber entschieden, ist ja wahrscheinlich auch nicht die ausgefuchsteste Idee, aber mir hat sie sehr gut gefallen, weil bei Silber geht es ja um Träume und wie diese Traumwelt einfach dargestellt wird, wie man von Traum zu Traum von Personen gehen kann, mit diesem Flur und den Türen, das mochte ich einfach total gerne und irgendwie ist mir sowas auch noch nicht sonst irgendwie in die Hände gelangt, deswegen habe ich mich für Kerstin Gier Silber entschieden. Irgendwie wird es nicht einfacher für mich, denn siebtens, bestes bearbeitetes Drehbuch wäre die beste Buchverfilmung und was soll ich dazu sagen, ich habe, ja, viele meiner Bücher wurden noch nicht verfilmt oder ich fand die Verfilmungen grausam, sagen wir Eragon, oh, die Edelstein-Trilogie war ich auch nicht so wirklich begeistert von, das war okay, aber nee, nee, Bücher viel, viel besser, ja und andere Sachen, da habe ich die Filme geguckt, aber die Bücher nicht gelesen. Jetzt war ich kurz davor, die Insel der besonderen Kinder zu nehmen, weil ich die eigentlich ganz cool fand, die Verfilmung, auch wenn die ein bisschen anders war als das Buch, aber so separat konnte man es eigentlich ganz gut nehmen, aber ich habe mich jetzt einfach für einen Klassiker entschieden, nämlich Stolz und Vorurteil, weil ganz ehrlich, ich liebe Stolz und Vorurteil, ich liebe die Verfilmungen, ich habe schon so viele gesehen, also nicht nur die bekannte, neuere von Keira Knightley, sondern auch noch davor, eine mit Colin Firth und, ach Gott, so viele gibt es und ich liebe es und nicht nur richtige Verfilmungen, sondern auch alles, was so drumherum ist. Es gibt ja auch noch einige Serien zum Beispiel, wo eine in die Vergangenheit zu Jen Osten reist und so oder in Stolz und Vorurteil reist, liebe ich alles. Deswegen war das eigentlich doch gar nicht so schwer. Stolz und Vorurteil. Ja, die Frage fand ich allerdings sehr cool oder die Aufgabe, nämlich achtens, bester Animationsfilm, also bestes Buch, welches sich gut für ein Animationsformat eignet. Fand ich sehr, sehr cool, weil ich echt erstmal überlegt habe, welche Bücher würden denn wirklich als Animation funktionieren und was wäre vielleicht doch besser eine Realvorfilmung. Ich glaube, dass Lockwood & Co. als Animationsvorfilmung echt cool wäre. Es muss noch nicht mal ein Film sein, man könnte es auch cool als so Serie machen. Ich meine, in Lockwood & Co. geht es ja um, in London, da gibt es plötzlich überall Geister und die Geister können aber nur von Kindern gesehen werden und ein paar Erwachsene haben es auch noch so eine leichte Gabe, aber nicht mehr so gut wie die Kinder. Und sobald die erwachsen werden, dann spüren die das auch nicht mehr. Und irgendwann ist das Problem mit den Geistern einfach aufgetaucht und keiner weiß warum. Und Lockwood & Co. ist halt so eine Agentur aus drei jungen Menschen, die eben auf Geisterjagd gehen. Und ich finde, dass man da bestimmt auch richtig coole Miniserien machen kann, so wie so Detektivgeschichten. Da gibt es ja auch einiges als Cartoon oder so. Das kann man bestimmt auch gut als Animationsserie machen mit den Geistern. Ich stelle mir das richtig, richtig cool vor. Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen gruselig für Kinder. Aber egal, ich nehme Lockwood & Co., weil würde ich mir sogar ganz, ganz gerne angucken, wenn ich ehrlich bin. Neuntens, bester Filmregisseur, also beste Autorenentdeckung. Ach, ich habe so viele Autoren entdeckt in letzter Zeit. Sei es Tanja Vosen, sei es Liba Dugo. Also irgendwie habe ich, glaube ich, auch schon zig Sachen mal erwähnt. Gesa Schwarz fand ich auch alles ziemlich cool. Aber ich glaube, ganz aktuell ist es tatsächlich Holly Black bei mir geworden, weil ich Elfenkrone gelesen habe. Und das ist das erste Buch von der Autorin, das ich gelesen habe. Und es hat mich total begeistert. Ich hoffe, dass ihre anderen Bücher auch so cool sind und dass mir die auch so gefallen werden. Denn dann kann ich mir vorstellen, habe ich eine richtig tolle neue Entdeckung für mich gemacht. Elfenkrone ist übrigens auch sehr cool, weil das hier um Elfen geht und Menschen, die in der Elfenwelt groß geworden sind, was da so für ein Mobbing herrscht teilweise, weil Menschen nun mal keine Elfen sind. Und auch was an dem Königshaus hier alles so passiert, fand ich richtig cool. Ich weiß, einige haben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit dem ganzen Schreibstil von Holly Black, aber ich mochte ihn, genauso wie ich Gesa Schwarz Schreibstil mag, was auch viele nicht toll finden. Deswegen, ja, werde ich mir mal ein paar Bücher von Holly Black angucken. Aber falls ihr irgendwelche Empfehlungen habt, gibt es irgendwas von Holly Black, was ihr gut gefunden habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, denn dann kann ich da mal nachschauen. Ich habe auf jeden Fall vor, noch mehr von Holly Black zu lesen. Bevor es natürlich erstmal den zweiten Teil von der Reihe. Zehntens, beste visuelle Effekte, also ein Buch, welches die besten Actionsequenzen beinhaltet. Also da hätte ich nämlich am liebsten auch Black Blade noch mit rausgeholt, weil da auch echt sehr viel Action war. Ich fand auch in das Lied der Krähen, also in der Krähenreihe generell, war auch sehr viel Action. Aber ich habe mich tatsächlich für etwas anderes entschieden, was man vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt denkt, wo ich mir gerade beim Nachdenken so, wo mir gerade auch einfällt, das hätte ich auch als Animationsverfilmung eigentlich nehmen können. Es geht um Emily Bones, die Stadt der Geister von Gesa Schwarz. Das Buch ist so lustig, weil eigentlich wirkt es eher wie so ein Kinderbuch. Ich glaube, es ist auch eher für jüngere Leser eigentlich gedacht. Denn hier geht es um Emily. Ich glaube, das ist schon die dritte Emily heute. Und ja, sie ist gestorben und wacht irgendwie auf so einem Friedhof auf. In Paris, glaube ich, sind wir sogar. Und ja, das Ding ist wohl, es gibt da so verschiedene Meta-Ebenen noch zwischen richtig komplett tot sein und nie wieder oder tot auf dem Friedhof sein, aber trotzdem rumlaufen können als Geist. Also es ist total crazy, was hier für eine Welt geschaffen worden ist. Und da sind es nicht nur Menschen, es sind auch verschiedene Wesen, Wehrwölfe, Irrlichter, alles Mögliche gibt es da. Und worauf wollte ich hinaus? Genau, Action-Szene. Ich sage nur, der Endkampf, what? Das habe ich überhaupt nicht erwartet, ohne Witz, weil es wirkt halt wirklich wie ein lustiges Haha-Kinderbuch, auch wenn es den Tod beinhaltet. Aber da sind halt auch viele lustige Kreaturen und so weiter. Und dann war der Endkampf einfach so episch, den habe ich überhaupt nicht erwartet. Hätte also auch eine coole Wendung sein können. Deswegen nehme ich auf jeden Fall das. Das ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Und ja, wie gesagt, ich mag Gesa-Schwarz, ich mag dieses Buch richtig cool. Ja, elftens. Besser Soundtrack, also besser Soundtrack einer Buchverfilmung. Ich habe keinen blassen Schimmer. Also wirklich keinen blassen Schimmer. Ich muss gestehen, ja, ich höre auch den Soundtrack von Stolz und Vorurteil, den mit Keira Knightley, weil ich mag eigentlich auch klassische Musik zwischendurch. Und das mag ich. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der Komponis heißt, aber das mochte ich doch sehr gerne. Aber so habe ich keine Ahnung. Aragorn hatte ja das mit Avril Lavigne, aber ansonsten Harry Potter kennt auch jeder. Klar, das ist jetzt da bin ich erst mal raus. Ja, genauso wie zwölftens bester Kurzfilm, also beste Kurzgeschichte beziehungsweise Novella habe ich auch noch nicht gelesen. Ich glaube, zu Elfenkrone gibt es so eine Novelle, eine kleine, die man glaube ich aber halt nur als E-Book lesen kann. So über den Kindle habe ich das glaube ich auf Amazon gesehen. Habe ich nicht. Aber sonst habe ich glaube ich keine, nee, kann ich dazu nichts sagen. Herr 13. Bestes Bild, also bestes alleinstehendes Buch. Ja, auch wieder so schwer. Ich fühle mich schon mittlerweile ein bisschen, weiß nicht, langweilig euch. Denn ich habe das Gefühl, ich zeige relativ häufig die gleichen Bücher. Ich finde nämlich immer so, meine Allzweckwaffe für alleinstehende Bücher ist immer noch Eden Academy von Lauren Miller, weil das einfach eine coole Internatsstory ist, die ein bisschen, ein paar Jahre in der Zukunft spielt, aber noch nicht so weit weg, dass wir uns damit nicht mehr identifizieren können, sondern gerade so nah noch dran, dass wir, ja, so was Apps und Elektronik angeht, das vielleicht schon ein bisschen nachfühlen können, was hier passiert. Und deswegen mag ich das Buch eigentlich sehr, sehr gerne. Aber es gibt echt so viele coole Bücher, die ich alleine, also die alleine stehen und die ich sehr, sehr mag. Ich meine auch Dein Leuchten zum Beispiel fand ich auch sehr cool. Also da gibt es ein paar, ne? Wollen wir aber jetzt nicht übertreiben. Es war nur noch eingefragt. So, und zum Schluss 14. Beste Dokumentation, also bester historischer Roman beziehungsweise Non-Fiction. Ich habe eigentlich nur einen historischen Roman gelesen und zwar ist das Im Hause Longborn von Joe Baker. Obwohl das auch nicht wirklich Non-Fiction ist, weil, ja, es ist historisch, aber es spielt in der Welt von Stolz und Vorurteil. Deswegen ist es eigentlich nicht wirklich, ja, also Non-Fiction ist. Wisst ihr, wie ich meine? Aber ich, das ist für mich jetzt einfach ein historischer Roman und fertig, Ende aus. Ja, wir sind halt im Hause Longborn und da lebt halt die Familie Bennet aus Stolz und Vorurteil. Und wir haben hier ja, die Bediensteten aus dem Haus, die, die im Hintergrund quasi tätig sind. Und das fand ich richtig, richtig cool. Auch wenn, ja, das jetzt nicht mein Lieblingsbuch ist. Das ist jetzt keins, wo ich jetzt, ja, weiß ich nicht, was ich jetzt allen empfehlen würde. Ist auch schon verdammt lang her, dass ich das gelesen habe. Aber ich fand die Idee einfach cool, einfach mal über das Dienstpersonal von Jen Orson zu lesen. Und ich meine, historisch gesehen sind da ja wirklich viele Dinge, die da angesprochen werden, wie die zum Beispiel gewaschen haben und was alles gemacht worden ist im Hintergrund. Was natürlich sehr real ist. Deswegen, ja, das einzige Historische, was ich jetzt irgendwie in meinem Schrank finden konnte. Was jetzt nicht unbedingt ein Klassiker ist. Ja, ich hoffe, der Tag hat euch gefallen. Wie gesagt, immer so bei dem Besten, da bin ich immer ein bisschen zwiegespalten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auch mal die Fragen selber beantworten und in den Kommentaren, falls ihr da Bock drauf habt. Oder macht den Tag doch einfach selber. Wenn ihr Videos dreht, tut es gerne. Ansonsten wird natürlich den Tag auch noch gerne von Lea oder von Klara oder von Natalie sehen. Also ich glaube, ja, mir fallen gerade ein paar ein, wo ich den schon gesehen habe. Deswegen, falls ihr Bock habt, macht den einfach und wenn nicht, dann nicht. Ist auch gut. Wie gesagt, ich habe ja auch ein bisschen länger gebraucht. Deswegen danke nochmal, liebe Sarah, fürs Taggen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder und hab bis dann auch eine schöne Zeit. Ciao!